zack zack eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben, acht wunderbar, das passt sogar ok, der Baum muss weg das nützt nichts oh alter, so ein riesen Ding naja, 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 weg damit hau weg den Scheiß so, so und so weg damit ok, hier auch das gleiche zack, zack, zack äh, komm ich gar nicht dran naja müssen wir gleich von unten machen und da ist die nächste Schaufel durch ok, das geht leider zu schnell, finde ich aber es sind ja auch nur Steinwerkzeuge von daher soll das wohl mal entschuldigt sein haben wir ein Stack Steine schon verbraucht oh Gott, oh Gott, oh Gott ich glaube unsere Steine die werden nicht reichen wenn ich das so sehe dann wird das doch ganz schön knapp also das ist jetzt aber doof zack zack dann machen wir das mal eben auf eine Höhe hier brauchen wir es nicht dann machen wir so, so, so äh, so zack, zack, zack und hier kann erstmal zu keine Sorge es wird kein Aussichtsturm so viel kann ich verraten es wird kein Aussichtsturm oder sonst irgendwas Militärisches das wird es nicht es wird was anderes was jetzt vielleicht nicht unbedingt in doch, wobei es gehört dazu es passt auch gut hier rein das kann ich so viel kann ich verraten und so viel verrate ich auch so da müssen noch ein paar Bäume hin gleich oder später müssen wir mal gucken wie wir das machen oder wann wir das machen wir gehen jetzt erstmal rein eine Runde knacken und dann schauen wir gleich mal so einmal hier rein die Türe zu und dann einmal hier vorne eine Runde schlafen gehen so zack wunderbar und hier das gleiche äh ja ich glaube das sollte so sein so die Türe haben wir dann drin die Tür und da müssen wir mal gucken wie groß wir das ganze Ding machen das weiß ich eben noch nicht ähm da noch ein Baum hin oh alter der weg die wachsen hier aber gut rein aber genau so wollte ich das ja auch haben dass man das hier einfach so durch den Wald gemacht hat und dann eben zu diesem Gebäude hin kam warte mal eben ähm zwei drei vier dann würde ich sagen machen wir das mal so und lassen den drei zur Seite gucken vielleicht eins zwei drei vier das heißt dann machen wir da eben so hin und da eins zwei drei mal eben gucken ich meine das machen wir sowieso deswegen können wir das mal eben so machen warte 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 ich glaube wir machen das einen schmaler das ganze dann könnte das glaube ich besser aussehen wenn wir das ganze auf beiden Seiten einen weniger machen das heißt hier nochmal raus die beiden und dann mal die Wand stellen dann sollte das eigentlich schon besser aussehen so das heißt ähm so der muss dann natürlich auch noch einen näher ran so so auch so ein riesenklotz was soll denn das naja den sollten wir aber weggeholzt kriegen jo wunderbar okay 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 zack 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 wunderbar dann kann das hier weg und da müssen wir mal schauen ob das jetzt besser aussieht ich hoffe es die Seite müssen wir natürlich auch noch bearbeiten das weiß ich das ist nicht in Vergessenheit geraten keine Angst so dass hier dann auch schön Gras drüber wachsen kann machen wir mal eben so ein bisschen Erde hier okay wunderbar hier muss natürlich noch einer schmaler werden das weiß ich aber das haben wir ja schon gut vorbereitet in drinnen naja so halb zumindest zack 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 so jetzt wollen wir gleich mal gucken zack 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 okay 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 dann wollen wir mal schauen äh ja das sieht besser aus das ist jetzt nicht mehr ganz so klobig so groß das sieht definitiv besser aus okay das heißt hier können wir ganz entspannt das einmal wegreißen oh unsere Hacke ist kaputt ich muss mal die Werkbank hier vorne hin holen das geht so ja gar nicht so pass mal auf dann stellen wir die mal eben da hin dann ähm ein paar neue Sticky die Stickmans klack ah wir hatten sowieso wir hatten sogar noch Holz naja 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 dann machen wir mal eben eine neue Spitzhacke aber machen wir auch zwei ist egal wir haben es ja ne so zwei neue Spitzhacken und dann kloppen wir mal eben noch den Rest hier raus zack zack weg damit brauchen wir nicht mehr das ist nämlich viel zu groß geworden weil das ist auch so eine Sache dieses übertreiben muss ja nicht muss ja nicht immer sein mal ist das okay aber nicht immer unser Lager zum Beispiel ist glaube ich schon übertrieben genug und deswegen müssen wir hier jetzt auch nicht so übertreiben vor allem weil das hier eigentlich nur ein Secret ist und ein Secret ist ja meistens nicht ganz so groß so dann heißt das dass wir jetzt hier warte mal eben drei und zwei äh stimmt das eins zwei drei vier fünf sechs es müsste passen drei vier fünf sechs passt okay wunderbar das heißt dann können wir hier jetzt die Wand einziehen zack 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 so dann haben wir das hier und hier kommt jetzt die ursprüngliche Wand oder die eigentliche Wand hin das geht dann bis hinten hin zack 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 und wird dann eben auch dementsprechend erhöht noch das Ganze ganz so klein wird es nämlich nicht oder nicht so niedrig sagen wir mal so oh den kriegen wir auch noch ja wunderbar besser geht es auch gar nicht ähm das heißt wir machen hier mal eben ne glorreiche Erdtreppe hin die reicht dafür nämlich so ich glaube bis dahin reicht das schon wenn wir das so machen äh wie gesagt wir brauchen da jetzt nicht ganz so groß übertreiben aber es sollte vernünftig aussehen das ist mir ganz wichtig dass wir das vernünftig hinkriegen so das heißt dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal nur auf diesen Turm okay dafür reicht unsere Erd unser unser Cobblestone aber nicht das ist aber erstmal nicht ganz so tragisch zack 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 ich meine wir können ja ohne Probleme neun von zu Hause holen huch das war zu viel so und dann machen wir lieber noch da vorne den einen hin ja gut dann sind wir jetzt bis hier oben das ist schon mal okay aber so wir erstmal eben noch was äh die Werkbank hat ach die steht hier draußen ne ja okay wunderbar das soll mal eben zuwachsen hier alles ist das schon so jetzt machen wir das normal hier mit der Erde zack 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 äh und dann hatte ich gedacht wir machen da Dingens hin mhm 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 zack 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 damit probieren wir es jetzt erstmal ähm dann machen wir mal eben nochmal so zack 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 und zack 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 warte mal eben so jetzt habe ich mal eben 20 Stück gemacht von den Dingern mal gucken wie weit wir damit kommen ich hoffe das soll eigentlich sollte das reichen erst ist ja nur der Anfang oder für den Anfang erstmal äh ich würde sagen wir lassen das Ganze einen überstehen so wie immer genau so wollte ich das haben ganz genau so zack so wollte ich das nämlich haben da kommt der dranne und dann kommt der da dranne zack 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 wunderbar auch hier in diese Richtung lassen wir den einen überstehen aua ja das reicht auf jeden Fall von der Höhe das ist okay das ist sogar mehr als okay das ist super so pass mal upe und ich spring nochmal unter klar warum auch nicht Johannes Pauke der hat's drauf so diesmal probieren wir mal nicht hinunter zu springen in unserer in unserer wagemut so warte zack ja so ist okay zack okay wunderbar hier machen wir das Ganze auch so passt up das heißt dann machen wir mal eben so und so dann können wir eigentlich auch nicht mal groß hier runterfallen okay und dann eins zwei okay 20 Stück waren wohl doch einige zu wenig wir machen mal eben noch ein paar warte 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 das geht ja so nicht ähm machen wir mal eben so ist egal wir haben ja sowieso genug von dem Kram zack 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 also ich muss sagen dieses Schwarzreichenholz wäre auch cool dafür aber das ist mir zu dunkel wie ich finde das ist äh einfach ne schön ist das nicht das ist zu dunkel probieren wir es nochmal ob das jetzt reicht vielleicht ähm so zack eins zwei drei drei vier fünf hm 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 so dann kommt jetzt die nächste da oben drauf einmal so und der muss jetzt wieder einen kürzer werden als der ne alter was mach ich denn da heute so der muss natürlich einen kürzer werden ist ganz klar an den komm ich okay der ist für immer weg der ist für immer verloren zack 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 der wird nämlich auch wieder hier ein kürzer weil was man nicht vergessen darf die gehen hier natürlich alle noch um die Ecke einmal so und hier natürlich auch die gehen hier alle nämlich noch schön eine Runde um die Ecke der auch und der hier oben sowieso und jetzt bleibt nur noch eins zwei drei und genau so möchte ich das haben dass hier so ein Spitzdach ist ja das kriegen wir hier nicht mehr hin das ist auch nicht so schlimm dann bleibt das eben weg ähm so und dann mal gucken dass wir vielleicht unten irgendwo genau so landen wunderbar haben wir jetzt hier noch irgendwo einen liegen oder ist der wirklich für immer weg ah da war noch einer okay hey guck mal wunderbar zack 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 wunderbar so möchte ich das haben und jetzt laufen wir hier zurück mhm 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 da höre ich eine Spinne lecker so dann gucken wir mal dass wir mal eben eine Runde pennen gehen zack und einmal schlafen gehen und dann müssen wir gleich mal gucken dass wir einen neuen Cobblestone kriegen ich weiß aber noch nicht ganz genau woher äh einen Augenblick bitte ich bin sofort wieder da noch nicht so gut wir können auch noch nicht so gut wir können wir können Vielen Dank.